Seid ihr herzlich willkommen! Channeling aus der Tausend und eine Nacht. Thema ist Liebe. Das ist eine allgemeine Botschaft, aber ich bin fest davon überzeugt, etwas spricht dich an. Nicht umsonst hast du zu mir gefunden. Aber wenn du eine persönliche Botschaft möchtest, Channeling aus der Bibel oder Channeling aus der Tausend und eine Nacht speziell für Liebe, dann kannst du jede Zeit per E-Mail mit mir kontaktieren. Mein Honorar beträgt 10 Euro, aus der Schweiz 12,50 Euro. Und ich starte jetzt, bin ich gespannt. Ich weiß auch nicht, was das kommt, weil ich kann das gar nicht beeinflussen. Du bist kostbar, sei damit bewusst, weil das bringt dir Glück. Du befindest dich in einer bestimmten Lage. Das kann auch deine Beziehung sein. Glaube daran. Dein Glaube ist gerade notwendig, weil dadurch kannst du etwas verbessern. Bewahre deine Ruhe. Etwas kehrt wieder zurück oder jemand kehrt wieder zurück. Mach dir keine Sorgen. Es kommt etwas auf dich zu und es bringt Glück. Und das war die Botschaft aus dieser Tausend und eine Nacht und ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Die Botschaft aus dieser Tausend und eine Nacht Und ich wünsche dir alles Gute und die Nachfolge aus dieser Tausendung. Untertitelung des ZDF, 2020